Hallo Leute, also heute stehe ich mal hinter der Kamera und eigentlich hatte ich halt auch keinen Bock ein Video hochzuladen, aber naja, ich mache trotzdem eins und deswegen habe ich mir so magische Handtücher gekauft, die sehen so aus, wartet, einmal Einhörner und Schildkröten und die zeige ich euch jetzt, ich habe sie auch schon ausgepackt, so sieht das Ausgepackte aus und das kommt jetzt ins Wasser und noch die Schildkröten und ja, jetzt muss ich erstmal warten und ich hole euch später wieder dazu. Also die sind jetzt wieder ein bisschen aufgegangen, ja, das ist, das dauert halt ein bisschen und ja, die Schildkröten, die dauern noch länger, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie, naja. Oh, und jetzt kriegt das Einhorn, die Einhörner. So sind jetzt die Einhörner aus, ich kann es euch jetzt leider noch nicht besser zeigen, weil ich nur eine Hand frei habe. Tja, dann warten wir mal auf die Schildkröten. Also ich glaube, das passt jetzt schon. Ich mache jetzt mal auf. Ja, also ähm, ja, ich habe jetzt nur Schwierigkeiten. Also ja, ich mache, also ich hole euch jetzt gleich wieder. Also so sieht die Schildkröte aus und das war es jetzt auch mit dem Video und ciao.